Liegeboxenlaufstelle sind als Haltungssystem für Milchkühe in Deutschland am weitesten verbreitet. Für jede Kuh muss jederzeit ein geeigneter Liegeplatz verfügbar sein. Bei Stallhaltung sollen die Kühe in den Boxen wie auch auf der Weide zwischen 11 und 13 Stunden täglich liegen. Währenddessen keuen sie 7 bis 10 Stunden wieder. Liegende Kühe keuen mehr wieder als stehende. Der Speichel puffert die Säuren des Pansens ab und ist wichtig zur Verhinderung von Stoffwechselerkrankungen. Das Euter wird um ca. 20% stärker durchblutet, damit steigt auch die Milchleistung. Im Liegen werden Beine, Klauen und Gelenke entlastet, die Klauen trocknen ab. Kühe können nur in liegender Position schlafen. Wenn viele Kühe in den Boxen liegen, gibt es auf den Laufgängen kein Gedränge. Eine Kuh soll die Box zügig betreten und sich dann in weniger als einer Minute hinlegen. Um ihre Funktion optimal zu erfüllen, müssen Liegeboxen einer Reihe von Anforderungen genügen. Der bevorzugte Liegeplatz hat genügend Abstand zu den Unruhezonen im Stall. Er bietet viel Luft und Licht und eine gute Übersicht. Dabei besetzen dominante Kühe in der Regel die attraktivsten Liegeflächen im Stall. Für die Bewegungsabläufe beim Abliegen und Aufstehen muss ausreichend Platz vorhanden sein. Erst wenn eine Kuh mit allen vier Beinen eine Box betreten hat, soll sie leichten Kontakt zum Nackenriegel haben. Die Seitenabtrennungen müssen den Wechsel zwischen verschiedenen Liegepositionen erlauben, ohne die Kuh einzuengen. Die Länge der Liegefläche bis zur Bugschwelle muss dem liegenden Tier eine entspannte Körperhaltung ermöglichen. Der Bodenbelag bzw. die Einstreu bei Hoch- und Tiefboxen sollte stets sauber und trocken sein. Auf einer weichen und formbaren Unterlage verteilt sich die Belastung. Alle Körperpartien liegen bequem. Kühe mögen es, wenn die Liegefläche zum Kopfende hin leicht ansteigt. Bei abgerundeten oder elastischen Bugschwellen können die Kühe ihre Vorderbeine auch nach vorne ausstrecken. Für den Kopfschwung beim Aufstehen braucht die Kuh etwa einen Meter Platz vor den Vorderfußwurzelgelenken. Ein geschwungenes Nackenrohr in korrekter Position bietet genügend Platz für ein ungehindertes Aufstehen. Ein falsch eingestelltes, gerades Nackenrohr behindert den Aufstehvorgang. Dieser Zweiflächenstall mit Tiefstreu vereint viele Vorteile hinsichtlich Bewegungsfreiheit und Komfort. Die Kühe können ungehindert abliegen, aufstehen und alle Liegepositionen einnehmen. Die weiche, verformbare Liegefläche ermöglicht das Liegen mit einer gleichmäßigen Druckverteilung. Rangniedere Tiere ziehen sich hier eher in den wandnahen Bereich zurück, um nicht so leicht durch dominante Kühe aufgescheucht zu werden. Drei Stunden nach der Futtervorlage sollten mindestens zwei Drittel der Tiere in den Boxen liegen. Die Boxengestaltung kann ein zügiges Ablegen hemmen. Bleibt mindestens jede fünfte Kuh in der Box stehen, dann weist der Liegeplatz Schwachstellen auf. Diese Kuh zögert beim Ablegen. Der gesenkte Kopf zeigt, dass sie sich gern hinlegen möchte. In einer falsch dimensionierten Tiefbox legt sich eine Kuh nur zögerlich ab und landet dabei häufig auf der Kotschwelle. Sind Hochboxen zu kurz, liegt die Hinterhand auf dem Laufgang. Liegen Tiere auf den Laufflächen, weist das auf schlecht angenommene Liegeboxen hin. Scheuerstellen an der Boxenaufstallung sind oft ein Indikator für eine falsche Konstruktion oder Dimensionierung. Haben Tiere Abschürfungen an den Gelenken, ist meist eine Verbesserung der Liegefläche angeraten. Eine starke Verschmutzung der Tiere lässt sich durch verbesserte Sauberkeit in den Boxen vermeiden. Fehlt zum Beispiel bei wandständigen Boxen der Platz für den Kopfschwung beim Aufstehen, kann dies zu Problemen führen. Die Kühe versuchen mit einem wenig effektiven seitlichen Kopfschwung auf die Beine zu kommen. Oder sie stellen die Vorderbeine auf und verbleiben im Hundesitz, bis sie mühsam die Hinterhand hochstemmen. Nach schlechten Erfahrungen versuchen die Tiere oft, die betroffenen Boxen zu meiden. Es lohnt sich sehr, auf mögliche Missstände im Liegebereich zu achten, da Verbesserungen in der Regel zu besserem Wohlbefinden und erhöhten Leistungen der Tiere führen. Wohlbefinden Wohlbefinden Wohlbefinden